Dieser Patient mit der Zornesfalte, den haben wir schon des Öfteren hier gesehen gehabt, auch gezeigt gehabt. Initial war die Zornesfalte so stark wie ein Graben, dass wir das als Familienerbstück bezeichnet haben. Jetzt in diesem Fall hat sich das schon deutlich verbessert. Es sieht schon ganz natürlich aus, diese Zornesfalte. Ich denke, wir bekommen den auch komplett frei. Und wenn man sich an die initialen Bilder erinnert, denkt man, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, und dass dieser Patient dieses schöne Ergebnis momentan hier zeigen kann.